Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen fantastischen Video M und ja wir sind heute hier um um und ich würde es sind so ein kleines Video sein und keine Abstimmung zu zu sagen M auf jeden Fall ähm spricht dass er in der Idee also sozusagen in Hintergrund um auf das heißt um ich nehme den Clip habe ich so recht geschnitten und jetzt spreche ich das im Nachhinein ein und auf jeden Fall ähm wollte ich nur sagen oder fragen ob ich weiterhin ähm SEP-Rollplay-Videos machen soll beziehungsweise werde ich zwar machen aber ob ich diese ähm weiterhin ähm offline aufnehmen soll oder in mehrspieler Modus will mich sehr sehr interessieren und ja äh das war eigentlich meine Frage ihr könnt es gerne unten in die Kommentare schreiben ähm und ja ähm auf jeden Fall habe ich hier noch im Hintergrund gerade noch ein bisschen rumgespielt keine Ahnung naja auf jeden Fall ähm wollte ich das nur erwähnt haben und ähm ähm ich bin euch sehr dankbar für die 25 Aronenten äh da kommt auch demnächst äh das 25 Aronenten-Spechel äh Special und und um wir versuchen ich hier gerade im Hintergrund die Scheibe zu zerschießen mal gucken ob ich sie mir will nö anscheinend nicht so jetzt plötzlich die Dinger ähm ne naja ähm ich würde sagen dass das erstmal mit dem Video äh schau schau und ich hoffe es so eine kleinen Videos gefallen euch auch ähm würde mich auch wieder freuen falls ihr ein Like unten ein Abo da lasst würde mich immer sehr unterstützen und natürlich auch ein Kommentar für die Abstimmung und für den Algorithmus naja dann würde ich sagen tschau tschau und wir sehen uns im nächsten Video